Willkommen zurück. Bevor du die Runde mit einer Kretmasche schließt, wechsle die Garnfarbe. Lege dieses Garn aus der Hand, nehme das neue Garn und halte es mit dem Finger auf der Rückseite der Häkelarbeit direkt unter der Stelle, an der du gerade arbeitest. Ziehe den Faden durch die Schlinge, sodass die Schlinge auf der Nadel nun blau ist. Es scheint logischer zu sein, die Runde mit dem roten Garn zu beenden, aber schau her. Die Masche auf der Nadel ist nun rot. Wenn du erst jetzt die Farbe wechselst, siehst du, dass die erste Luftmasche farblich nicht passt. Es empfiehlt sich also, dies nicht zu tun. Stattdessen arbeite drei Luftmaschen in blau und arbeite ein weiteres Stäbchen in die Masche am Fuß der ersten Luftmasche. Das sieht viel schöner aus. Arbeite ein weiteres Stäbchen in die nächste Masche. In der letzten Runde hast du immer eine Zunahme gearbeitet. Hier gefolgt von nur einem Stäbchen in die jeweils folgende Masche. In dieser Runde beginnst du mit einer Zunahme in die erste Masche. Anschließend arbeite nur ein Stäbchen in die nächste Masche. Und in die übernächste. Arbeite dann zwei Stäbchen in die dritte Masche. Dies ist die Zunahme. Jetzt fehlt nur noch ein einziges Stäbchen. Und dann schließe die Runde mit einer Kettmasche. Fertig ist Runde 4. Beginne Runde 5 mit drei Luftmaschen. Und arbeite eine Zunahme in die Masche am Fuß der ersten Luftmasche. Die erste Zunahme. In die drei nächsten Maschen arbeite je ein Stäbchen und in die vierte Masche wieder eine Zunahme. Du wirst feststellen, dass die Zunahmen der einzelnen Runden in einer Linie angelegt sind. Also, du hast in der ersten Runde mit zwölf Maschen begonnen und diese Anzahl dann in der zweiten auf 24 verdoppelt. In der dritten Runde hast du in jede zweite Masche eine Zunahme gearbeitet. Das macht 36 Maschen. In der vierten Runde hast du in jede dritte Masche zwei Stäbchen gearbeitet. Und in dieser fünften Runde wird nur bei jeder vierten Masche eine Masche zugenommen. In dem Maße, wie deine Häkelarbeit wächst, wird auch der Abstand zwischen den Maschen, bei denen zugenommen wird, größer. Fertig. Untertitelung des ZDF, 2020